Das ist kein Hambi, das ist ein Hammer. Ja, ich verhau die immer an beide. Hammer, ja, tut mir leid. Hambi wär noch cooler, aber ein Hammer ist eh nicht krass. Es gibt auch gepanzerte Hammer, die sind auch krank. Ja, das sind ja Militär- oder Paramilitär-Fahrzeuge. Ja. Wait, wir sind hier? Ja. Wo war die Turret? Da. Oh. Well, if you don't mind. Was denn? Mach mal. Ach so, ich, ja gut, dann. Ja, zielen. Zielen. Ich hab nämlich nur noch zwei Panzerbrechende, die will ich nicht unbedingt verschwenden müssen. Kann's aber, danke. Okay. Dann halt so. Ein Granatwerfer. Mit Munition, mit Munition. Und, war da eine Batterie dran oder irgendwas? Ja, da war eine Batterie dran. Wo bist du jetzt? Hinter der Lagerhalle und gleich in der Lagerhalle. Ah, Moment. Hinter dir. Ja, ja, ja. Ja, kann wieder überhaupt rein? Jetzt, ja. Ah, 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 ah. Äh, du bist der Falsche. Alter, die, die teamen ab. Äps, Pree. Ah Gott, noch einer. Sehr schlechte Assassinen, muss ich sagen Hey, eine Energiezelle Wo wir die nur brauchen können Vor allem ist es ein Cyber-Assassin, die sind einfach dumm Ja, die sind nicht für solche Fälle programmiert Ich habe übrigens eine der Fuel-Cans gefunden, die der Kerl sucht Ja, auch gerade gesehen So, außer jetzt könnte man da irgendwas mit anfangen Aber nope, bin tot Noch ist Hättest du eigentlich eine Energiezelle mitnehmen können, weil die Praxis direkt auf dem Weg ist Was ist los? Hättest du eigentlich eine Energiezelle mitnehmen müssen Weil die Ladestation gerade schon am Weg ist Ja, das ist toll, ich bin trotzdem tot Aha, was los, ich verwende ja eh die Batterie in die Ding Außerdem, der Weg dahin ist ja eigentlich verdammt schnell, wenn man den direkten Weg geht Eben Ich finde es aber schon interessant, dass sie bis jetzt nur Rundwege gebaut hat Ja, ne So ein bisschen was Mehr Habfeeling, da ist Panzerbrechende Munition dran Da oben muss aber irgendwas sein, ansonsten wäre es hier nicht so gebaut Hier oben ist nichts In dem Kerl war Panzerbrechende Munition dran Und der Lock, ja Do you know why the commander is so crazy about this old jalopy Oh, oh yes, yes I know, it's a vintage Do you know why the commander is so crazy about this old jalopy Oh, oh yes, yes I know, it's a vintage car and extremely rare And now I have to help Ross shovel snow tomorrow Because I forgot to order polish for his jeep Do you think if I mix a little bit of soap and dishwashing liquid and fill an empty polish bottle with it, the commander will notice the difference? Oh Doubted Das kann jetzt interessant werden, was demnächst noch kommt Da schlamme, da schlamme Giste Giste leer G Ähm Ja Ja Genau Da sind Chips, okay Noch mehr Gibt's zwei Wege Und die führen auch wieder im Kreis, aber es sind Ah, Kamera Ja Ach komm Verschlein Ja Ich weiß es ist aber standardisiert zu haben mit den AIs Beziehungsweise den Wachsystem, hallo Meinst du das? Ja, das ist wieder hier unser Quercus XP. Meifels noch zusammen. Na gut, möglich. Du machst mich die Kamera jetzt kaputt, also können wir hier lang. Oh, noch eine Kappe. Okay, und wir kommen wieder vorne raus. Ähm... Jo. Wir haben den Code für den Sicherheitssektor. Den haben wir auch, ja. Und wir haben die Energiezelle. Aber erstmal Sicherheitssektor. Na komm, töte mich. Na halt nicht. Hallo. Danke. Gut, Sicherheitssektor, Sicherheitssektor. Wo war der denn? Der war im selben Gang. Also den selben Weg nochmal, den wir gerade gegangen sind. Ich weiß, dass drei neuen drin vorkamen, aber zwei auf jeden Fall. Bin am Feld. Vielleicht was ist die Nummer. Ich bin gerade unter Beschuss und Zeugs. Gut, gar nicht. Äh... Demo-Man. Äh... 3-8. 9-9-3. Moment. Und... Ich hab gerade einen von den Granatenwerfern umgebracht. Mit der hat er einfach sechs normale Granaten dabei. Das war geil. Ich find's übrigens sehr interessant, dass die, ähm... Leute, die hier rumrennen, einfach die Granaten werfen, die als Munition liegen. Und... Jo, ne? Also nochmal? 3-8. 9-9-3. Ich find dich immer noch nicht. Ist der nicht. Ist der nicht. Stimmt nicht. Damit komm ich hier nicht rein. Sicherheitsstation... Da brauchen wir einen anderen. Aber es ist eine Sicherheitsstation hier. Ja, wenn's nicht 3-8-9-9-3 ist, dann... Aber es ist eine andere. 2-8-3-9-9-3. Was? Ja. Äh... Ja. Richtig. Äh... Ich bin dich trotzdem nicht. Mäh. Nach dem Spawn rein, runter, sofort die erste rechts. Äh... Da war Ausgang und... Ja, Pfad finden und so weiter. Ich hab keine Karte. Wo bist du gerade? Moment, so direkt die erste rechts. In die Tiefgarage. Nein, was? Wo bist du gerade? Ich bin gerade vom Spawnbereich raus die erste rechts. Bin ich nicht. Ich bin auf der falschen Seite. Da... Ist trotzdem eine Tiefgarage. Ja, klar. Aber es war jetzt echt nicht so schwer. Sollte man meinen. Tut man aber nicht. Und nochmal Lock. Und nochmal Lock. Ich bemerke dich, nicht in meinen Weg wieder. Just as a quick reminder. Ja, ja. Also warum sollten wir da jetzt rein? Äh... Für Goodies. Wir sollten ja eigentlich in den Bereich für WDM in den Gizler brauchen. Ah, ja. Du hast Stärke 3, oder? Ja. Okay, dann ist egal. Warum? Ach, Standardkampfversorgung. Achso. Was braucht man denn da? Stärke 4? Mhm. Ah, jo. Wenn es der Beiselsal ist, in Ordnung. Worauf lösen Wendetexturen? Ja. Ja. Aber ich sehe schön aus die Wände. Ja. Verboten nicht so. Oh. Na ja, geht. Ist bei mir auch. Bin noppen hochauflösend. Okay, stopp for a moment and listen. We have to assume something has gone terribly wrong in the maximum security area of the research laboratory. Fortunately, explosive charges for possible emergencies were installed during the building of this wing. I'm going to explain to you how to trigger the self-destruct. There are free blast devices in the maximum security area. You need the access codes to get in and then you need the activation cards to arm the devices. When all free devices have been activated, you can trigger the self-destruct via the remote control room from a panel in the research area. The access codes were transmitted to free officers and the activation cards were given to free scientists. Commander Kingsley has a control card for the ignition. Find the free codes and the foreign cards. There. Yeah. Oh no. A drone. If you can do it, I can do it too. If you can do it, I can do it too. If you can do it, I can do it too. Nine for nine. Achievement good. Hehe. Okay. Sicherheitskamera by the way. Yeah? Laak it right now. Oh, camera. Soooooock! Don't you think you should need to overdo the safety precautions? Why do we need an access card for the swimming pool? And why haven't I got one? So, uh, which one are the lucky ones that got a card? They at least need to know who're need to head on. Or am I supposed to run outside and jump to the frosty river? Soon you lock up the ice cream parlor and the snack bar with codes. Ich habe ein Fressparadies gefunden. Hm, ich weiß, ist alles für dich, weil ich nutze das Zeug ja nicht. Ich nutze das Zeug ja nicht. Ketchup. Und eine Lock. Ja! As ordered, I replaced that regular ice cream with your new type. So far 14 crew members have eaten it. They believe it to be a new brand and all agree that the new ice cream is much tastier. However, six crew members experienced odd side effects. Four got a strange rash. Their skin somehow began to shimmer and then became transparent. Two members started craving cigarettes, but they didn't start to smoke them. They ate them. Much to the amusement of their friends. Dr. McClure, I know this is a secret research project, but what the heck is in this ice cream? Anyway, it's very handy, but the ice cream doesn't need to be kept cold and doesn't melt. Wait, what? Well, is it even ice cream, man? Eben. 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 Ist das nur bei mir so oder habe ich plötzlich den ganzen Lock in meiner Fresse am hängen? Hä? Äh, leichte Kampfpanzerung aktiv. Spielpause. Spiel wird gespeichert. Spiel gespeichert. Spiel wieder aufgenommen. Warte auf andere Spieler. Alle Spieler sind beigetreten. Spiel wird gespeichert. Spiel gespeichert. Achso, das ist nur bei dir, weil du wahrscheinlich nicht die Tasse umbelegt hast. Weil L eigentlich für die Vlog ist. Eben besagtes Ding. Zigaretten fressen. Sehr gesund. Blöde ist nur, dass es sich nicht wieder ausblenden lässt und es zum ersten Mal so aussieht. Aber es ist im Gesicht hängen und zwar durchgängig. Ups, sorry. Geht auch nicht weg. Ich will diesen Donut. Dann nimm diesen Donut. Aber meine Hand ist zu träger dafür. Jetzt. Ich muss sagen, es ist aber schön hier. Hat was. Ja, schon da ist die Eiscreme. Ist doch auch ein Eis. Kann man nicht nehmen. Aber nur dafür kann man nehmen. Ja, logisch. Ich bin eher von der überwältigenden Anzahl an Türen überwältigt. Panutis Pizzeria und nochmal Panutis Pizzeria. Okay. Anzahl an Türen. Bist du schon oben? Ja. Ach so. Trioptimum Booktron TM gefunden. Wo steckst du? Ich nehme Pizzeria. Erster Stock. Ja, gut. Aber. Was aber? Erster Stock ist groß. Da. Da. Okay. Badustrade. Da. Hier fällt gerade auf, sind die Typen alle kleiner als wir? Ja, ne? Ein Stück weit. Das kann gut sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wirkt sich ein bisschen auf die normale Größe aus, wenn man... ...keine Ahnung... ...beginn halb zu sterben und die Eingeweide hängen einem raus und dann wird man schon was kleiner. Wirklich, ja. Muss die Erschöpfung sein. Ja. Ja. So viel Fress. Wir haben lange nicht mehr geschlafen. Wahrscheinlich hat sich deren Wirbelsäule so stark zusammengedrückt. Ja. Das wird sein. Dass sie einfach... ... ihre Bandscheiben alle am selben Ort haben. So ne Quantenübersagung. Jaaa. Das hört sich schmerzhaft an. Achja. Äh. Etasko, 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 Etasko. Und... Chips aufm Boden. Und hier steht da BNKI oder Puke rückwärts? Guck weiter. Kusch dich. Na hier. Erbsen. Da steht ziemlich sicher Puke. Hm, lecker. Kotze. Wie gesagt, jeder hat eine verdammte Lock dabei. Jaaa. Jaaa. Ja. Ja. Naaa. Na. Geht einmal wieder nur? Ja, ja. So. Da waren wir. Jo, da waren wir. Wo? Jaaaaa. Hier haben wir Q-Crew-Crew-Crew-Crew-Crew-Crew. Das klappt nicht. Auf der anderen Seite von der Tür. Jaa. Big Bay. Da geht's rein? Warst du im Casino schon? Äh, wo ist das? Auf der anderen Seite vom Eingang. Nee, da nicht. Total Recall. Und Running Man. Snagger. Wie... Da liegt ne Lock übrigens drum. Der Boden sparkelt. Ja, das auch. Ja. Oh, da. Jetzt hat er gerade gespawnt. Okay. Okay. Ja. Ja. Der Kerl hatte so leichte Massen... Resonanzen in der Stimme. Nicht gehört? Ich hab den doch nicht angehabt. Achso, okay. Egal. Jo. So, ich denke das war's dann wohl, wenn du um drei... Was befindet sich hinter dieser Tür? Außer, dass sie es schon sehen, nämlich ein Medical Area. Ja. Ja. Im nächsten Mal. Im nächsten Mal, ja. Ganz tief drin im nächsten Mal. Noch nicht. Jetzt im nächsten Mal. Ja. 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 Ja.